Ja, hallo ihr Lieben, ich bin es mal ganz kurz. So, wir haben uns endlich mal, sind wir jetzt weitergekommen beim Thema Lesung, Lese-Event besser gesagt, also ich lese da nicht nur aus einem Buch, ich lese aus all meinen Büchern, werde auch mal einen Auszug aus, oder einen Einblick in meine Arbeit des Neuen machen, was erzählen, wir werden Spaß haben, werden, wer irgendwie was haben will, eine Widmung oder irgendwie sowas, machen wir alles. Und ja, es gibt jetzt neben Karlsruhe noch drei weitere Locations, die wir jetzt endlich mal finalisieren konnten, und zwar Hamburg, Frankfurt und München. Das ist alles so zwischen Dezember und Februar. Ich packe den Link zu den Tickets mal hier drunter, dann seht ihr auch die Termine und alles. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Bis demnächst. Ciao.